Jetzt nochmal zum Titz, dann brauchen wir nur noch die Schnake, war doch ne Schnake ne, ja, war die Schnake. Jetzt. Die sehen nicht gut aus, die Dinger. Ganz ehrlich, wenn mir so ne Schnake über den Weg fliegen würde, ich würde reißaußen, ich würde ganz schnell weg. So, komm, nehmen wir mal den Schokobu. Ich freue mich ja schon, wenn ich dann irgendwann mal Reiztiere habe, die fliehen könnten. Das wird toll. Aber gerade bin ich erstmal zufrieden, dass wir überhaupt reiten können. Hat lang genug gedauert. Hallo. Äh, die Tanzner ist noch immer hier. Die Tanzner kann die ganze Nacht übertanzen. Das Vertrauen der meinigen... Achso, scheiße. Ja, ist nicht so leicht zu klingen. Hm, die Tanzner bringt die meinigen Rothutpilze. Die meinige kann wieder Fäden färben. Die meinige ist erfreut. Die Tanzner tötet die Beißenden und Surrenden. Die meinige hasst die Beißenden und Surrenden. Die Tanzner ist nett, sehr nett. Viele Laufende kommen zu den Unsringen, aber wenige sind so freundlich wie die Tanzner. Ähm, vielleicht war es falsch von der Meinung, der Tanzner nicht zu trauen. Flammenwerfer? Meinst du? Aber ich glaube, mit einem Flammenwerfer kann ich nicht umgehen. Blinke in den Gebieten. Das Grundspiel, sobald man die zerpackt will. Das ist das erste Level 50 Mainz Request. Ah, okay. Vielen Dank. Vielen Dank, dann weiß ich Bescheid. So lange kann ich warten. Das ist alles gut. Ich bin ja gerade erst mal, äh, ja. Noch relativ am Anfang. Warum hab ich da eigentlich was im Schatz stehen? So. Aber vielen lieben Dank für die Info. Die Meinige bittet die Tanzner um Verzeihung. Die Unsringen haben viele Probleme. Die Laufenden das letzte Mal hier waren. Die Meinige muss vorsichtig sein. Immer vorsichtig. Aber die Tanzner ist nicht wie die anderen Laufenden. Die Meinige traut der Tanzner. Die Meinige möchte die Tanzner um Hilfe bitten. Seltsame Laufende mit Körpern aus Metall wurden in der Heimat der Unsringen gesichtet. Wo kommen die Metalligen her? Die Meinige denkt, die Metalligen kommen aus dem Kaiserreich. Wo das Kaiserreich hingeht, werden viele Lebende zu Toten. Bäume fallen und Büsche brennen. Die Heimat der Unsringen ist in Gefahr. In Gefahr. Die Meinige bittet die Tanzner der Meinigen zu helfen. Die Tanzner ist eine Freundin der Unsringen und der Laufenden. Nicht wahr? Die Tanzner muss mit dem Unsringen hier und dem Laufenden im großen Hüttenhaus sprechen. Um mehr herauszufinden. Alter, ich kriege ja hier bei den Rabbel. Die Meinige hat ein ungutes Gefühl. Die Meinige fürchtet die Metalligen sind auf der Suche nach. Aber die Meinige sollte nicht weiterreden. Die Meinige vertraut auf die Silfen der Tanz... Alter. Auf der einen Seite sind die Silfen cool. Auf der anderen Seite sind sie ganz schön anstrengend zu lesen. Metallige Laufende? Ja, die Meinige hat sie gesehen. Metallige Laufende tragen große Kisten. Vielleicht sind die Laufenden auf Schatzsuche. Die Meinige mag Schätze. Ich mag auch Schätze. Ich rede deutlich. Kleine weibliche Flammenwerfer. Ich glaube, es geht nicht oder eher weniger um die Größe. Eher um die Funktionsweise eines Flammenwerfers. Weißt du, in Stuttern ist es ein Wunder, wenn ich überhaupt mal jemanden treffe. Das heißt, äh... Gut, mit einem Flammenwerfer ist das... Mag das vielleicht einfacher sein, aber ich glaube, ich verbrenne eher mich selber als alles andere. Ich glaube, dass... Ihr gebt mir einfach keine Waffen. Mir Waffen zu geben... Nein. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Äh... Ruhig, die Meinige... Ruhig hat die Meinige gesagt. Die Meinige sind die Beängstigenden, sowie die Finstrigen. Die Meinigen hasst Beängstigende. Und Beängstigende haben viele Freunde. Ist dem so. Na dann... Achso, jetzt einmal... Wir haben den Schokomoppel bereits genug gequält. Wir brauchen den Schokomoppel nicht noch mehr quälen. Den L Bard Joanna stimmst門. Das heißt, bei der Eck im Schokomoppel, wir brauchen das muss eine Kommomoppel nach der Schokomoppel nach marriedheu. So geht es Pike. den Schokomoppel nach. Ich liebe diesen Schokobo. Ich finde es auch cool, dass die Musik dazu läuft. Also der Schokobo-Steam dazu läuft. Ich kenne kein Spiel, in dem der Flammenwerfer mehr freundlich war. Entweder war er nach Sekunden der Tankalo oder du standest selbst in Flammen. Ja, ich glaube, bei mir wäre das eher so. Ich würde selber im Flammen stehen. Schätze ich mal. Nein, der kann nicht brennen. Der kann nicht brennen. Nein, nein, nein. Und, äh, nein. Äh, Männer in seltsamen Rüstung. Nun, jetzt, wo du es erwähnst. Ich habe vor kurzem ein paar verdächtige Typen gesehen. Die haben sich tief im Wald versammelt. Ich habe jedoch angenommen, es handelt sich um Abenteurer. Abenteurer, die sich tief im Wald versammeln. Ernsthaft. Wie, du? Ruhig da regnende Typen, die von Kopf bis Fuß in Stahl gekleidet sind, sagst du. Die waren mit Sicherheit vom Kaiserreich. Ich kann dir zwar nicht sagen, was sie formen, aber es ist bestimmt nichts Gutes. Wahrscheinlich nicht. Und wieder zurück. Warum kann man nicht einmal auf dem Schokoboot sitzen bleiben, wenn man redet? Das spart Zeit. Hat Schokoboot gerade Fällschaden gekriegt? Also wir. Mach ich damit. Nicht das Schokoboot. Dörrchen. Die meinige ist froh, dass die Tänzner zurückgekehrt ist. Was hat die Tänzner herausgefunden? Die meinige versteht. Die Matalligen kommen aus dem Kaiserreich. Das Kaiserreich trägt Kisten und treibt sich in tiefem Wald herum. Es ist, wie die meinige dachte. Die Matalligen haben Böses im Sinn. Die meinige kennen den Wald sehr gut. Die Matalligen versuchen, sich zu verstecken. Aber die meinige wird sie finden. Die meinige braucht bei kurzem die Karte der Tänzner. Die meinige markiert die Stelle genau hier. Dort versteckt sich die Matalligen. Da ist die meinige sich sicher. Die Tänzner wird für die meinige nachsehen, ja? Wenn du mich nicht mehr die Tänzner nennst? Ja. Dann bestimmt. Aber ich glaube, da hoffe ich vergebens drauf. So, warte, wo muss ich denn? Also, doch, das ist das. Wie mir da vorher halt Geleitschutz angezeigt wurde. Deswegen war ich so leicht verwirrt. Also, ich bin dann aber hier runter. Dämonen schnake Hallo meine kleine Dämonen schnake Komm, weiß ich auch schon einfach mal so Hier, mir sieht ja nichts aus Nein, nein, nein So, ich weiß nicht Ich glaube, ich muss noch weiterrenzen Aber ich darf die Kipps noch nicht haben Äh, genug, leider Jetzt Jetzt darf ich Ja, super Ich weiß, das Reittier hat sich jedenfalls so gar nicht gelohnt Oh nein, wie süß Nanamopuppe Die Tanzte ist zurück Die Meinige ist erleichtert Die Meinige war besorgt Hm, die Tanzte hat etwas gefunden Ja, die Tanzte hat etwas gefunden Hier Die Tanzte hat ein Papier in der Kiste gefunden Ein Papier vom Kaiserreich Die Meinige kann Symbole der Laufenden lesen Das Papier hat Namen von Essen und Felsen Essen und Felsen waren in der Kiste Die Meinige weiß es Aber die Meinige versteht das nicht Das Essen und die Felsen auf dem Papier Stammen alle aus der Heimat der Unsringen Woher wissen die Metalligen, wo sie es finden können Gibt es einen Spionierenden in der Heimat der Unsringen? Verrät der Spionierende alle Geheimnisse an die Metalligen Die Meinige fürchtet um die Heimat der Unsringen Aber die Tanzte hatte am Heiligen heute sehr geholfen Die Tanzte muss versprechen, stets eine Freundin der Unsringen zu sein Wenn es eigentlich weiß, die Meinige Und die Tanzte, äh, die Tanzte und die Unsringen Dann ja Eventuell Diese Silfen machen mich fertig Okay Die Hilfreiche kommt genau richtig Die Meinige braucht die Hilfe der Hilfreichen Wenn das jetzt die ganze Zeit so geht, ne? Wir erinnern die aus dem Dorf der Silfen raus Einer der Unsringen namens Klaxio Streift außerhalb der Silfenzuflucht umher Allein ist es unsicher Äh, die Hilfreiche muss Klaxio finden Was bekommt die Hilfreiche dafür? Klaxio hat die Siedlung in Richtung Westen verlassen Schnell, schnell, bevor Klaxio noch Im Magen einer bestialischen landet Halt Momito-Kat von Einer Ey, lass meine Katze in Ruhe Meine Katze ist ganz, ganz, ganz harmlos Meine arme Katze Ich mach doch gar nichts Du versuchst, Commands auszulösen, die nicht existieren Huch, so jetzt Ich würde ja lachen, wenn dann irgendwann So ein Command wirklich funktioniert Weißt du? Und plötzlich passiert wirklich so ein Command Ich glaub, dann hätte ich so ein bisschen Schiss Die Viecher haben ja noch nicht mehr Arme Die haben gar nichts Die haben Beine Die haben aber nicht mehr Arme Das muss eigentlich ein trauriges Leben für die sein Hallo Klaxio Was, die Laufende will, dass die Meinige zur Silvenzufuhr zurückkehrt? Darüber lacht die Meinige Die Meinige möchte nicht mehr mit den Diesigen leben, die nicht die Unsringen sind Die Meinige möchte alleine sein Die Unsringen verlassen sich immer auf die Laufenden Das ist genauso schlecht, wie ein Prima-Igen zu beschwören Kein Wunder, dass die Meinige gegangen ist Die Meinige dachte, dies sei ein guter Ort für ein neues Zuhause Aber dann ist die Nervige aufgetaucht Das winkt die Meinige tief in den Fall Die Nervige darf mir nicht folgen Verschwinde, Nervige Ich hätte nicht gedacht, dass mir das Silvenlager so gegen den Strich geht Nichts Also ich bin so der Laufbruchstück für alle Wie bitte? Klaxio weigert sich heimzukommen und ist noch tiefer in den Wald vorgedrungen? Die Meinige hat vorhin erst Finstrige herumlungern sehen Die Hilfreiche muss sich beeilen Beeilen und Klaxio finden Ihre Hilfreiche sollte den Waldboden nach Fäden absuchen Diese könnte die Hilfreiche zu Klaxio führen Beeilung, bevor die Finstrigen Klaxio entführen So haben wir noch da komplett hinten So in drei Jahren sind wir dann vielleicht auch mal durch Jetzt folgen wir uns wahrscheinlich alle Ja War klar Das ist doch nehm ich auch Ja Werdig auch nichts gegen Schön wäre es Schön wäre es Was ist denn hier noch so ein Ding? Ach da ganz hinten Okay das mach ich dann auf dem Rückweg Wobei scheiße Die haben ja falsch gelaufen Okay wir müssen sowieso da hoch Ich dachte ich wäre jetzt schlafen könnte Das Ding einmal so Ne Überlisten aber leider Leider war dem nicht so Hä? Achso Das ging mir schon sein wie jetzt Das fällt mir als 50 Kaki Ja stimmt Aber ich glaube dann Dann wäre das Leben auch zu einfach Wie? Die hier? Die ist so Die ist süß Was ist denn mit der? Die ist toll Gut 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 Okay Genug Gekuschelt In ein Dip Ey Die ganze wird nicht gegessen Äh okay Was macht dein Baguette? Ähm Mein Baguette liegt Äh ne mir Und es schmeckt super Und es schmeckt super Das Fleisch daneben esse ich dann gleich in der Pause Ist ja bald soweit Hab ich auch gekocht Zeig mal Äh Warte So kleine Baguette Dingetchen hier Super lecker Das habe ich auch noch In den Kartoffelsalat gefasst Wie gesagt Das Fleisch lässt sich dann gleich nebenbei In der Pause Äh Die Nerfiger ist zurück Die Meilige hat die Nerfiger doch Äh Der Nerfiger noch gesagt Sie soll weggeben Sack Cumuxium Dass die Meilige niemals zurückkehren wird Niemals Ja Ja es schmeckt auch super lecker Der Pfanne wird bei der Knopf Und frisch geholfen Gebraten Also ganz ehrlich Das kannst du öfter machen Schmeckt super lecker Und die Finstring Die Finstring sollen auch fortgehen Die Meilige ist eine gute Die Meilige wird auch nur in Ruhe gelassen werden Da auf der Hut Diese Silfen sind anders Sie stehen unter dem Bann des Primae Ramu Ähnlich wie bei der Amalja und Ifrit existieren diese Silfen einzig um ihrem Primae zu dienen Man kann nicht mit ihnen reden Sie verstehen nur Äh Nur die eine Sprache des Staates Es bereitet mir keine Freude Aber es führt keinen Weg dran vorbei Meine zweistgrößte Leidenschaft Und was ist deine erstgrößte? Oder besser gesagt deine größte? Essen Oh man Ist das eine Milchwurzel im Morboll? Das ist eine Milchwurzel, das ist eine Milchwurzel, das ist eine Milchwurzel Okay Ich mag Morbolls nicht Morbolls sind kacke Ja Jetzt macht er diese komische Morboll-Atem Nein Ich habe dich schon mal Ja, ich bin getroffen. 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 Wie gesagt, ich weiß halt auch nicht, was die Leute damit bezwecken. Wenn sie sich einfach halbnackt in einen Pool reinsetzen. Was hat man davon? Ja, ich bin getroffen. 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 Der Pferderringer verschiebt sich ein bisschen. Die Hilfsreiche wird die Unterringen und auf die laufenden Nähe zusammenbringen, die sich die Meindige sichert. Die Meindige wird die Hilfsreiche zur Illsring bringen. Der hat ein Zieh auf dem Kopf, der wird vertönt. Na gut, ich würde das eher mit dem Kohlkopf vergleichen. Aber hallo Dufte, schön, dass du reinschaust. Denkst du mir, das versteht ja doch alles aus einem Obstkorb. Die Banane. Oh Mann. Eieieiei. Aber die ältigste ist... Die ältigste ist... Ja, die ältigste ist... Genau. Okay, ne, doch keine tolle Rüstung. Ich wollte gerade sagen, auch die Rüstung sieht eigentlich gar nicht schlecht aus, aber... Naja. Naja. Musst du etwas Bezüglich des Ältesten berichten. Die Meindige muss die Nette um Verzeihung bitten. Die Meindige hat den Netten versprochen, die Nette zur Ältigsten zu bringen, aber die Meindige... Die Meindige kann das nicht, weil die Ältigste nicht hier ist. Die Ältigste ist nirgendwo. Die Ältigste ist gestern in den Wald gegangen, aber nicht zurückgekommen. Die Meindige ist besorgt. Die Ältigste geht oft in den Wald, aber niemals für so lange. Die Nette wird mir helfen, die Ältigste zu finden, nicht wahr? Die Ältigste ist in der Nähe der Heimat eines laufenden Namens Buscaron verschwunden. Buscaron weiß vielleicht, was der Ältigsten passiert ist. Die Meindige würde ja gerne mit Buscaron reden, aber die Laufenden trauen den Unsringen nicht immer über den Weg. Könnte die Nette vielleicht mit Buscaron reden? Und die Nette kommt aus Gredania, nicht wahr? In Gredania leben viele Nette, ja. Die Meindige fleht dich an Nette. Bitte geh nach Gredania und bitte anderen Nette um Hilfe. Und bitte beeile dich. Die Unsringen sind in Gefahr, solange die Ältigste nicht zurückkehrt. Ja, da haben wir das Zeug gerade. Ja, also tatsächlich, ich verstehe nur die Hälfte und ich konzentriere mich schon so ungemein darauf. Aber irgendwie ist... Mit meinigen Nettige Ältigste und... Ach, Gott. Ja, auf. Nee, einfach nur Nein. Das ist, äh... Ja. So nach Gredania sollen wir, ne? Ich bin nicht beharrt. Das stimmt. So was wollte ich machen. Rückführung, ne? Ja. Ja. Let's hit. Maler Dix. Ja. Könnte inkommen. Könnte inkommen, Frutus. Oh, okay. Das ist ne geile Rüstung. Die möchte ich haben. Ähm, so, wo müssen wir hin? Hier haben wir einiges. Knapp in die Tiefe. Unbekanntes Eosea. Was ist da los drauf? Ne, das ist ja die Hauptstadt von dem Gebiet. Oder quasi die Staatsstadt, wo wir ganz, ganz, ganz am Anfang begonnen haben. Jetzt treffen sich also immer recht, recht viele. Ach, da oben müssen wir hin. Warten wir hier nicht noch irgendwas, was wir abgeben konnten? Ich glaub, das ist doch schon wieder ein cooles Spiel. Äh, nein. Das ist doch so großartig. Uh, nee, nicht du. Du. Äh, nun, weil das nicht unsere unerschrockene Botschaft drin ist. Wir laufen deine diplomatischen Bemühungen mit dem Silvestamm. Die Älteste wird vermisst, sagst du. Du meine Güte. Wenn sie in den Händen der Finstering landet, haben wir ein großes Problem. Du kannst im Silvest versichern, dass meine besten Schlagenjünger Tag und Nacht nach der Ältesten Ausschau halten. Wir werden jeden einzelnen Stein auf der Suche nach hier umdrehen. Ich möchte dich darum bitten, dich an Giermolko am Gutswieselgrund zu wenden und die Nachricht zu überbringen, dass auch das Klageregiment bei der Suche benötigt wird. So, ich werde einmal eine ganz kurze Pause machen. Mach ich mich mal ganz kurz wohin. Dann kann ich auch ein paar ein bisschen nochmal vom Fleisch abbeißen. Und da bin ich in, ja, so fünf bis zehn Minuten wieder da. Ich lasse euch einfach hier mit der schönen, wunderschönen Musik alleine. Und, ja, bis gleich. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020